Herzlich Willkommen zum StrikeFit Hit Box Workout. Das einzige was ihr braucht sind zwei Wasserflaschen. Wir fangen an mit 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Davon machen wir 8 Runden. Viel Spaß. Wir stellen uns in die Grundstellung, Wasserflaschen nach oben. Und wir fangen an, linker Schlag, rechter Schlag. 20 Sekunden, go. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Lange Arme, links, rechts, links, rechts. Jawohl. Heff, 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 links, rechts, links, rechts. Und noch 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Pause, 10 Sekunden Pause. Durchatmen, nächste Runde. Uppercut links, uppercut rechts. 3, 2, 1 und... Punch, 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 punch. Jawohl. Drei, zwei, eins. Jawohl. Und wir stellen die Füße parallel. Wir bringen in der nächsten Runde die Arme nach vorne, die Füße gehen nach außen. Wie beim Ampelmachon. Let's go. Flaschen nach vorne. Push, 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 push. Drei, zwei, eins. Und durchordnen. In der nächsten Runde linker Schlag, rechter Schlag, linker Haken. Achtung, wir machen uns bereit. Drei, zwei, eins. Und punch, punch, Haken. 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 Pause. Zehn Sekunden atmen. Nächste Runde. Spiegel verkehrt. Rechter Fuß ist vorne. Rechter Punch, linker Punch. Rechter Haken. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts. Let's go. Atmen. 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 Drehe die Kampagne. Atmen. 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 Dann noch drei Runden vor uns. Wir fangen wieder an. Linker Fuß ist vorne. Links, rechts, links, rechts. And then to go quick. And One, two, three, four. And... We're holidays. And one, two, three, four. And one, two, three, four. And one, two, three, four. Und das gleiche mit den Uppercuts. In der nächsten Runde links, rechts, links, rechts. Drei, zwei, eins. Here we go! Letzte Runde. Die 20 Sekunden poweren wir durch. Links, rechts, links, rechts, rechts. Ohne Pause. Achtung. Drei, zwei, eins. Hände hoch und go. Und push. Punch, 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 punch. Let's go, let's go. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Das war unser HIIT Workout Fitness Boxen. Viel Spaß beim Durchführen. Das war unser HIIT. Das war unser HIIT. Ich freut mich. Das war unser HIIT. Das war unser HIIT. Untertitelung des ZDF, 2020